Der Kauf auf Knopfdruck, individuelle Werbung und Angebote. Was das Online-Shopping an Vorteilen vereint, bringt Kapsch zurück in den Handel und optimiert so Service- und Kundenmanagement. Ein entspannter Einkaufstag beginnt hier. Ein Digital Signage Screen mit Touch-Funktion navigiert die Kunden bequem und übersichtlich in das gewünschte Geschäft. Der Content mit Infos und Spezialangeboten wird zentral und aktuell gesteuert. Die Einspielung zielgruppenspezifischer Inhalte ist leicht möglich. Über QR-Codes an Schaufenstern oder Produkten holt sich der Kunde Zusatzinformationen direkt auf ein mobiles Endgerät. Smartphone oder Tablet werden zum aktiven Begleiter beim Shoppen. On- und Offline-Welt verschmelzen am Point-of-Sale. Mit Preisvergleichen oder direkter Bestellmöglichkeit. Benötigt ein Kunde gezielte Beratung in einem Geschäft, erspart ein effizientes Customer-Flow-Management langes Anstellen in einer Schlange. Ein Ticketsystem teilt dem Kunden automatisch seinen freien und richtigen Ansprechpartner zu und Wartezeiten können aktiv genutzt werden. Entertainment darf bei einem Einkaufsbummel nicht fehlen. Video-Walls sorgen für Unterhaltung und längere Verweildauer der Konsumenten. Der Aufenthalt in Geschäften, Lokalen und Malls wird durch interaktive Multi-Touch-Screens in Tischen, Wänden und Schaufenstern ausgestattet mit Spielen, Apps und Internet zu einer Customer-Experience. Einfache Bedienbarkeit, wenig Betreuungsaufwand und Sicherheit stehen dabei im Fokus. Caps-Lösungen ermöglichen auch die gezielte Analyse von Kundenverhalten. Wo genau und wie lange halten sich die meisten Kunden auf? Diese und ähnliche Fragen werden dank Customer-Monitoring und Frequenzmessungen beispielsweise mit Videosensorik beantwortet. Kundenanalysen anhand von Kriterien wie Alter, Geschlecht und Verhalten ermöglichen eine genaue Planung von Geschäften, Shopping-Centern und zielgruppenspezifischen Marketingaktivitäten. Security-Lösungen sorgen dabei für die Sicherheit von Mensch, Raum und Daten. Kapsch Business.com schafft die mutwendige ICT-Infrastruktur für den Einsatz und die Vernetzung all dieser Technologien. Entspannt modern einkaufen und verkaufen mit Kapsch. zur Stich하면서 Zeit. Spannend Das ist ein die amerikanischen Wunsch auf den Zettek choosesbamy. Wir Herren können